Helene Fischer, das hat sie mit Taylor Swift gemeinsam. Helene Fischer gehört zu den erfolgreichsten Schlagerstars Deutschlands, die einst wie Taylor Swift fast über Nacht zum Superstar wurde. Das haben die beiden Sängerinnen gemeinsam. Erst 2026 geht Helene Fischer wieder auf große 360-Grad-Stadion-Tour, schon jetzt, fast zwei Jahre vor dem Tourstart, sind ihre Konzerte fast ausverkauft. Ohne Frage, Helene Fischer gehört zu den erfolgreichsten Schlagerstars Deutschlands, wird als musikalische Ikone gefeiert, als Performerin, die mit ihren Bühnenshows neue Maßstäbe setzt. Sie ist als Künstlerin ein Phänomen, was sich international nur mit der Frau der Stunde vergleichen lässt, Taylor Swift. Helene Fischer, Taylor Swift begeistern mit Bühnenshow Auch der US-Star stieg eines Tages wie ein Phönix aus der Asche, begann als Country-Sänger in Nashville und füllt heute weltweit Stadien. Doch das ist nicht die einzige Gemeinsamkeit, die die beiden Sängerinnen haben. Helene Fischer begeistert Taylor Swift ihre Fans, oder besser Swifties, mit spektakulären Bühnenshows. Während ihrer Konzerte wechselt sie wie die Schlagersängerin mehrmals ihre Outfits, hat dabei von Vamp bis Waldfee alles in petto. Helene Fischer, Taylor Swift, das ist ihre größte Gemeinsamkeit. Und nicht nur das, auch musikalisch ist Taylor Swift vielfältig unterwegs. Von Partysong bis zur Ballade, die Sängerin hat in ihrem Report OIR alles dabei. Genauso wie Helene Fischer, die ihre Fans mit Partyschlagerhits wie Atemlos oder auch mit tiefgründigen Balladen unterhalten kann. Beide Fragen haben großes Talent ihr Publikum in eine andere Welt mitzunehmen. Vielleicht liegt genau darin sogar die größte Gemeinsamkeit zwischen Taylor Swift und Helene Fischer, mit ihrer Vielfältigkeit die Menschen zu unterhalten, sie abzuholen und das Publikum für eine kurze Zeit in eine eigene, kleine Bubble zu entführen. Eine Gabe, die offensichtlich nur wenige Künstler und Künstlerinnen haben.